Wir feiern heute gemeinsam eine Firmengeschichte, wie Sie nur ganz wenige Unternehmen in unserem Lande vorweisen können. Im Namen des Stadtrates gratulieren wir dazu zum 175 Jahren Jubiläum der Burkhard Compression und mit Freuden zur Umbenennung dieser Strasse tragen Sie weiterhin den Namen Winterthur in die grosse, weite Welt hinaus. Wir sind stolz auf euch. Herzlichen Dank. Vielen Dank.